Heute spinne ich das Cursed Glücksrad in StumbleGuys. Wir spielen jetzt StumbleGuys, aber mit einem Twist, Leute. Und zwar habe ich hier ein Cursed Glücksrad. Und dieses Glücksrad muss ich spinnen, sobald ich einmal im Spiel sterbe. Wir haben hier Sachen drauf, wie 5 schlechte Spins spinnen, OP-Spins, Stream-Ende, Mega-Angebot kaufen, 50 Euro. Wir müssen so lange spinnen, bis wir einen Special-Skin bekommen oder sogar 100 Spins machen, Leute. Hier ist einiges drauf. Hier sind einige krasse Challenges drauf. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach mit der ersten Runde direkt mal an. Okay, wir sind hier in der ersten Runde, Leute. Pivot-Push, let's go. Wir haben hier leider, wir haben hier leider echte Spieler. Ich hätte jetzt auch einfach gegen Bot spinnen können und die ganze Zeit gewinnen. Aber ich will natürlich, eigentlich will ich nicht spinnen. Aber ich muss euch natürlich auch den Spaß lassen. Dafür sind wir ein paar Mal spinnen. Und deswegen habe ich hier normale Spieler genommen, die wahrscheinlich um einiges besser in dem Spiel sind, als ich teilweise. Oh mein Gott, schau euch das an. Hier sind so viele Leute unterwegs. Aber ich bin gerade Erster. Und, ah, ich gehe links, ich gehe links. Ich kann hier selbst spielen. Ich bin, ah, ich bin so weit vor. Oh mein Gott. Ich bin so weit vor, dass ich halbwegs selbst spielen kann. Und die haben mich ja fast von der Kante runtergeschubst, Leute. Wir dürfen nicht sterben. Wir dürfen nicht ausscheiden. Wir müssen hier gewinnen. Sonst muss ich sprinten und sehr viel Geld ausgeben, worauf ich keine Lust habe. Ich habe keine Lust, jetzt heute irgendwie 100 oder mehr Euro auszugeben in diesem Spiel. Aber erste Runde qualifiziert. Sehr, sehr wichtig, Leute. Wir sind in der ersten Runde schon mal weiter. Okay, nächste Runde Cannon Climb. Ah, das wird schon ein bisschen schwerer. Aber wir haben natürlich unseren OP-Trick. Wir haben ja auch in der Runde zwei Special Skin, Leute. Oh, Junge. Obwohl Special Skin normal ist mittlerweile. Oh mein Gott. Ich bin zweimal jetzt schon weggeschlagen von der Kugel. Junge. Die Melonen hauen mich so weg. Ah, nicht Coco Melon. Geh weg. Ah. Okay, wir gehen hier die Seite hoch. Einer ist schon qualifiziert. Okay, es sind so viele Leute schon qualifiziert. Oh, ich schaffe es nicht mehr rein. Nein. Ich bin raus. Ja, dann wird es wohl Zeit für den ersten Spin, Leute. So, okay. Hier sind wir beim ersten Spin, Leute. Es geht los. Wir spinnen das erste Mal und müssen jetzt direkt mal... Was müssen wir machen? Oh, oh, oh. Kanal abonnieren, Leute. Also, was soll ich sagen, Leute? Dann müsst ihr jetzt wohl den Kanal abonnieren. Ihr seid jetzt leider dazu verpflichtet, weil ich auf dem Glückssach gelandet bin. Wer jetzt nicht abonniert hat, kein Herz, Leute. Okay, zweite Runde Spin-Go-Round. Und ich bin gerade einfach in eine Random-Runde gegangen, fällt mir auf. Ich habe keine Custom-Runde gemacht, weil ich so Braindead einfach aufs Spielen gedrückt habe. Das machen wir gleich wieder. Aber hier muss ich jetzt nochmal spielen. Und dieses Mal wird es hoffentlich leichter. Dieses Mal habe ich, glaube ich, eine Chance zu gewinnen. In den Kassenrunden ist das gefühlt unmöglich zu gewinnen. Aber jetzt kann ich hier die ganzen TikTok-OP-Hacks machen. Einmal hier raufspringen, gar kein Problem. Und jetzt machen wir diesen TikTok-OP-Hack, Leute. Okay, ich muss ihn gar nicht machen. Und ich mache ihn auch nicht. Ey, ich verzichte drauf. Aber hier kann ich jemanden... Oh, ich kann ihn nicht schlagen. Aber rein da, qualifiziert als Vierter. So gehört sich das. Okay, zweite Runde, Leute. Wir sind Block-Dash. Sehr wichtig. Hier geht es gut voran. Wir können theoretisch... Oh Gott. Oh Gott. Hä? Nein. Ich war gar kurz davor auszuscheiden direkt am Anfang. Oh mein Gott. Nein. Bitte nicht. Ich wollte gerade sagen, ich kann jetzt Leute hier runterschlagen. Aber irgendwie sieht es mir fast gar nicht so aus. Aber wir müssen hier Leute schlagen. Bam. Doppel. Furkan und Avan haben wir geschlagen. Ich sollte mehr Zeit in dieses Spiel stecken. Und einfach ein bisschen besser aufpassen, dass ich jetzt nicht gleich noch sterbe. Oh mein Gott. Furkan kann auch schlagen. Das war mal wieder nicht so gut geplant von mir. Komm. Furkan ist tot. Wichtig. Wichtige Sache. Und wir sind qualifiziert. Wir sind im Finale, Leute. Letzte Runde. Wenn es jetzt sowas wie Lavaland ist, habe ich gewonnen. Oh, letzte Runde. Cannon-Gleim. Oh Gott. Ich werde nicht gewinnen. Ich bin in diesen Speedrun-Dingern nicht gut. Ich bin... Okay. Ich bin tot. Okay. Okay. Ich kann aufgeben. Ich kann jetzt eigentlich schon breakdancen und das war's. Obwohl, die sind nicht so weit voran. Oh, ich könnte noch eine Chance haben. Bitte lass mich nicht spinnen. Nicht das Glücksart spinnen. Nicht Cursed Glücksart spinnen. Und dann... Ah, normale Spins, Mann. Wenn ich jetzt auf 100 Spins oder so lande, dann bin ich ein sehr... Oh, ich bin ein sehr, sehr trauriger Mensch. Jetzt alleine schon. Nein, Messi-Boss. Nein, nicht Messi-Boss. So ein Assi. Er bleibt extra noch stehen. Er ist so ein Assi. Okay. Dann wird es wohl Zeit für meinen nächsten Spin. Let's go. Und wir wollen natürlich keine 100 Spins haben. Mit so 5 Spins wäre ich zufrieden. Vielleicht mal so einen Special-Skin ziehen. Wäre ganz gut. Aber nein, wir haben bekommen, dass wir mit einem schlechten Skin spielen müssen, Leute. Wir müssen jetzt so lange mit einem schlechten Skin spielen, bis ich einen Win hole damit. Naja, das Gute ist, mein Standard-Skin ist Farmer Jeremiah. Und Farmer Jeremiah ist an sich ein Common-Skin. Und es ist der beste Skin in Stumblegeist. Spielt Farmer Jeremiah. Und ich habe wieder auf eine Random-Runde gedrückt. Aber wir werden jetzt in der Random-Runde gewinnen. So, let's go. Wir sind in... Keine Ahnung, was das hier für ein Spiel ist. Spin-Go-Round. Ich weiß die ganzen Namen nicht. Wir haben lange keinen Stumblegeist mehr gespielt. Aber hier gewinnen wir jetzt, Leute. Oh, rein da. Sehr wichtig. Und wir springen einfach über diese ganzen Hürden drüber und gewinnen dieses Spiel. So. Ah! Nein! Okay, aber es ist noch lange kein Grund, um auszurasten. Weil ich kann locker noch gewinnen. Gar kein Problem. Wir schlagen noch die Walküre. Und die fällt noch runter. Aber die überlebt's auch. Weil wir so weit vorne sind. Du bist so schlecht. Da kann meine Oma besser spielen. Ja? Okay. Dann mach ich jetzt mal ein One-Way-One gegen deine Oma in Stumblegeist. Wenn nicht, würde die so rasieren. Wenn die wüsste nicht mal, wie man ein Smartphone in die Hand nimmt. Aber natürlich. Natürlich kann deine Oma besser. Ich würde auch dich zerfetzen. Lass mich doch einfach mal Stumblegeist spielen. Und ein Paint-Roller. Was das ist? Ah! Sterben! Ja, wir kommen vielleicht doch noch rein. Wir kommen vielleicht doch noch rein. Mit Glück schaffen wir es noch, Leute. Ja, okay. Wir sind nicht schlecht dran. Oh, ich hab's rüber geschafft durch meinen TikTok-Hack. Und du gehst jetzt weg. Hätte ich diesen TikTok-Hack gerade nicht gemacht, wäre es nicht so easy gewesen. Aber so haben wir uns jetzt wieder für die letzte Runde qualifiziert. Oh, als letzte Runde Blockdash? Okay. Wir können unsere erste Quest direkt mal erledigen, hoffe ich. Wir müssen immer noch mit Farmer Jeremiah gewinnen, Leute. Und wenn wir es nicht schaffen, müssen wir 10 Spins machen. Und deswegen, oh, oh, gewinnen. Unsere Challenge werden wir gewinnen. Ich sag's euch. Das hier sind alles 5-jährige Kinder. Und die alle werden jetzt so hops genommen, Leute. Die erste ist schon eliminiert. Der hat nicht mal Ahnung, wie er dieses Spiel spielen soll. Aber niemand schlägt hier. Das ist schon mal gut. Wenn wir jemanden mitnehmen... Oh, der Schlager hat nicht mehr getroffen. Immer noch nur eine Person draußen. Aber die Leute wissen jetzt, dass ich schlagen kann. Das ist nicht gut. Okay, das ist der schwere Teil. Aber wir haben es rüber geschafft. Sehr gut. Nur zwei andere auch. Nur zwei... Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das war so dumm von mir. Und die anderen werden jetzt auch beide gestorben. Okay. Es wird Zeit für einen Cursed Spin und nochmal 10 normale Spins. Und wir müssen weiter mit Farmer Jeremiah spielen. Wunderbar, Leute. Darauf hat man sehr, sehr viel Bock. Fangen wir an mit unserem Cursed Spin. Weil daraus werden wir jetzt nochmal 100 normale Spins machen müssen, oder? 5 schlechte Spins. Okay. Das heißt, 5 schlechte Spins plus 10 OP-Spins. Wir haben hier sowieso noch kostenlose Spins. Die zähle ich als schlechte. Das heißt, wir haben hier jetzt noch 3 free schlechte Spins. Dann müssen wir uns noch 2 für Gems kaufen. Das Problem ist, ich habe nicht so viele Gems. Ja, die 150 hätten wir jetzt gut geschmeckt. Die 5 nehme ich aber auch. Hey, einen Sandman-Skin. Ein Duplicat. Wunderbar. 8 Stumblecoins. Das ist schon mal nicht schlecht. So, dann hier 55 kostet einer. Noch 2 von denen. So, einen Tackler. Unnötig. Und, ach, den Bauarbeiter. Auch unnötig. Meiner Mike. 10 von diesen noch. Das kostet mich 350. Glücklicherweise habe ich 2800 von denen. Und ich will heute mal endlich meinen zweiten Special-Skin bekommen, Leute. Zwei sind vorbeigerast hier. Und wir haben Santa. Wow. Duplicat. Wir werden nur Duplicate ziehen. Ich sage es euch. Und wir werden einen Special-Duplicat bekommen. Das sage ich auch. Zwei Duplicate bisher. Von den Epic fehlen mir halt nicht mehr so viele, denke ich. Ja, den habe ich auch safe schon. Das dritte Duplicat in 3 Spins. Warum tue ich mir das eigentlich wieder an, Leute? Wieder eins nach Special. Heute bin ich mal sehr, sehr chillig unterwegs. Heute werde ich nicht ausrasten, wenn ich an einem Special vorbeigehe. Legendär. Ist auch gut. Den hatte ich noch nicht. Oh, wieder eins nach Special. Das ist wunderbar. Und Duplicate noch dazu. Ich liebe das. Ganz ruhig. Oh, ein Special. Eins nach Special. Das ist wunderbar, Leute. Ich fühle mich so gut gerade. Es könnte nicht besser laufen. Oh, noch einmal Vor-Special. Oh mein Gott. Ich liebe es. Ich liebe dieses Spiel. So, let's go. Jungle Roll. Yeah. Wir haben einmal verloren mit Farmer Jeremiah. Wir müssen jetzt das zweite Mal gewinnen, Leute. Weil sonst müssen wir wieder zehnmal spinnen. Und in diesen Custom-Lobbys, in der wir sind, ist das nicht so leicht. Ah, ich sterbe. Okay. OP-Trick. Komm, bitte. Ja. Er hat funktioniert. Das war meine einzige Möglichkeit noch, irgendwie zu qualifizieren, Leute. Ja, okay. Vielleicht nicht unbedingt. Aber es war eine gute Möglichkeit, um zu qualifizieren. Und ich qualifiziere natürlich. Ey, nicht schlagen. Nein. Besser, Nico. Nein. Nein. Ey, ich bekomme, uh, fünf normale Spins. So, das heißt, let's go. Fünf normale Spins. Das kostet mich 450 Gems. Ich habe keine 450 Gems. Ich mache einfach 15 Epic Spins, Leute. Ey, ich mache mehr, als ich machen müsste. Das ist doch gut. Oh mein Gott. Den Löwen, den ziehe ich zum zwanzigsten Mal jetzt schon. Oh mein Gott. Santa, den haben wir heute auch schon gezogen. Eins vor Special, Leute. Das ist ja cool. Das hatte ich ja noch nie. Oh, einen Löwen in einer anderen Farbe. Niemand juckt sich für dich. Aber wir haben zwei legendäre gezogen. Zwei Duplikate. Und jetzt nochmal fünf Spins. Und jetzt ziehen wir ein Special, Leute. Ich werde hier so sehr meine Stumble Tokens los. Und ich will eigentlich nicht... Oh yeah. Special Skin. Ich will eigentlich nicht noch mehr Geld kaufen. Einen Drachen habe ich halt schon. Oh, Ninja, Ninja. Ja. Jo. Oh, ich habe den Ninja. Uh. Oh, zweiter Ninja. Das wäre cool gewesen. Back-to-back Special wäre wirklich cool gewesen. Ja, wir haben in den Zeiten Special, Leute. Das Problem ist, wenn wir heute noch auf Special Spin landen, müssen wir noch einen Special ziehen. Aber das hat sich gelohnt. Wir sind nächste Runde. Zum 25. Mal haben wir jetzt Cannon Climb. Und dieses Mal werde ich sicher... Oh mein Gott, ich wurde weggestoßen. Werde ich sicher gewinnen. Ich muss ja nur einer von 16 Leuten werden. Davor hat das nicht so gut funktioniert. Aber dieses Mal. Dieses Mal sicher. Ich würde niemals in der ersten Runde ausscheiden. Das wäre ziemlich cringe, Leute. So viele... Nein. Nein. Nicht am Abend. Ich bin tot. Ich hatte so Angst vor dem Abend, dass ich mich einfach umgebracht habe. Ich hasse Stream Sniper, Leute. Aber man, die Stream Sniper nicht noch ein bisschen lustiger. Ich würde sagen, nein. Und ich würde sagen, ich bin wieder raus. Hey. Wieder ein Curse Spin. Ich muss doch nur einmal mit Jeremiah spinnen. Die ganze Zeit. Wenn ich nicht mit Jeremiah gewinne, muss ich dauerhaft 10 Spins machen. Ich habe schon so viele Spins jetzt machen müssen. Wieder 5 schlechte Spins. Ich habe keine Chains, Leute. Ich kann keine schlechten Spins machen. Ich mache jetzt wieder einfach 15 epische Spins. Ich habe... Okay. Wenn das so weitergeht, habe ich bald nicht mehr so viele Summelt-Copens, Leute. Ich bin hier den ganzen Tag nur noch am Spinnen. Oh. Eins war special. Ninja. Stark. Oh. Nochmal eins war special. Oh. Den anderen Ninja. Es ist wunderbar, Leute. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel. Okay. Tja. Die ersten 10 Spins waren jetzt nicht so gut. Aber wir haben ja noch mal 5. Oh. Eins auch special. Hm. Hm. Oh. Eins war special. Eins war dem special Ninja-Typen. Wie viele Wins hast du schon mittlerweile? Heute? Ähm. Zwei. Oder, Leute? Ich habe schon zweimal gewonnen, Leute. Sicher? Lügst du mich ja nicht an? Ich würde dich niemals anlügen. Wer würde jetzt in Spade-Splash spielen? Ja. Ich muss mich konzentrieren. Ich kann dir leider jetzt nicht antworten. Es tut mir leid. Ich würde gerne antworten. Aber ich muss natürlich meinen dritten Win heute holen. Nein. Warum? Warum? Umarmung. Geile Umarmung. Ich hasse dich. Ich will dich nicht umarmen. Bitte komm nie wieder. Wir warten. Wir warten. Nein. Ich werde geschlagen. Ich werde geschlagen. Ich werde geschlagen. Ah. 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 Ich werde scherben. Ich lebe. Ich lebe. Oh. Ich wurde fast geschlagen. Ich bin qualifiziert. Es ist so schlimm mit Stream-Snipern. Es ist so schlimm. Oh. Laser-Tracer. Oh. Leute. Das ist das Spiel, in dem man am meisten gestreamt werden kann von allen. Nach Lavaland, würde ich sagen. Ich werde gerade noch gut in Ruhe gelassen. Das ist schön. Okay. 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 Jetzt gerade war ich vor einer Menschenmenge. Einer muss sterben. Es ist alles gut, sobald einer... Ja. War das Space Race als letzte Map? Oh Gott. Ich bin nicht so gut in Space Race. Ich muss jetzt einmal meinen Shortcut schaffen. Dann habe ich vielleicht eine Chance. No. Und ich habe verkackt. Okay. Chillig. Chillig. Ich bin tot. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Außer der Pinguin stirbt. Komm. Lass den Pinguin sterben. Bitte. Bitte stirbt, Pinguin. Es wäre Weihnachten und Ostern zugleich. Gleich für mich. Und noch mein Geburtstag. Ich habe dieses Win mit normalen Skins echt zu schwer. Ich gehe rechts. Ich gehe rechts. Es ist links. Nein. Let's go. Ich bekomme... Uh. Fünf normale Spins. Ich bekomme nur die normalen Spins. Was soll das denn? Voll langweilig. Hör mal. Sowas wie... Okay. Ich will eigentlich keine 100 Spins haben. Ey. Ich bekomme nur Müll-Skins gerade. Jeder einzelne Duplikat. Und jeder von denen ist sogar noch... Hässle... Gut. Ich liebe dieses Spiel. 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 Hey. Legendär. Den habe ich heute schon bekommen. Duplikat. Wunderbar. Dann nochmal fünf Spins drauf. Und jetzt ziehen wir den zweiten Special, Leute. Jetzt go. Nicht mal eins vor Special. Nicht mehr zwei vor Special. Direkt den Special. Oder eins vor Special vor dem Ninja. Wow. Ich könnte ein ganzes Video mittlerweile draus machen, wie ich nur eins vor Special lande. Zehn Minuten Video. Nur Spins mit eins vor Special. Es wäre komplett möglich, bin ich mir sicher. Okay. Teil voll. Das ist easy, Leute. Wir lassen die anderen Leute einfach mal wieder die Arbeit... Hä? Was war das gerade? Aber Doppelhechtsprung in der Luft. Man könnte hinterdenken, ich hecke einfach im Spiel. Aber hey. Okay. Wir gehen darüber. Let's go. Und... Ein. Du dummer. Du dummer. Nein. 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 Bitte sage ich, komm weiter. Oh, ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Okay. Okay. Leute. Sehr stark. Oh. Eins noch. Geht eins weiter. Eins weiter. Eins weiter. Nein. Nein. Hä? Hä? Was ist hier los? Darauf wird wieder gespinned, meine Freunde. Wuhu. Fünf OP-Spins. Fünfzehn Spins, Leute. Ich sollte wirklich einmal gewinnen und nicht die ganze Zeit vor Special landen. Ich sollte einmal gewinnen mit Farmer Chairman. Es kann doch nicht so schwer sein, Leute. Oh mein Gott. Legendärer Chunkbot. Den habe ich schon. Das war mein erstes Legendary-Pet jemals. Alles sind Pets in meinen... Oh mein Gott. Was war das gerade? Ehe hat die scary ausgeschaut. Die kommen nachts in euer Zimmer und will euch töten. Hey. Nur Duplikate. Wunderbar. Oh mein Gott. Floorflip, Leute. Floorflip. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist die beste Map, die es jemals gab. Ich hasse die so sehr. Es gibt, glaube ich, keine Map, die ich mehr hasse. Und ich... Ich habe verloren. Ich habe verloren. Ich habe sowas von verloren jetzt schon. Oh, ich komme rüber. Okay. Nevermind. Nevermind. Ich komme rüber. Gar kein Problem. Wir haben hier einige Farmer Jeremiahs. Das ist wunderbar. Es ist so schön, wenn Leute hier Farmer Jeremiahs spielen. Okay. Komm, lass mich hoch. Gönn doch. Oh mein Gott. Ich bin hochgekommen. Okay. Ich habe eine Chance. Wenn ich jetzt nicht absolut wegge-stream-snapet werde und sowas von getötet werde. Ah. Ich weiß nicht, was ich mache. Ich mache irgendwas nicht Gutes. Einfach nicht schlagen, Leute. Wir sind zivilisierte Leute und wir schlagen. Noch nicht. Ihr schlagen. Alles gut. Nichts passiert. Nichts passiert. Werft keine Katzen. Ich darf heute einfach nicht gewinnen. Aber naja, es ist das Cursed-Glücksrat, Leute. Nein. Ich mache jetzt keine 5 OP-Skins. Ich mache 5 OP-Spins, aber ich will jetzt normal spinnen. Ich will jetzt mal was anderes haben wie die ganzen Spins. Wie zum Beispiel. Das hatte ich auch schon. Schlechter Skin-Field. Ja, okay. Dann mache ich das halt doppelt. Dann mache ich halt 20 Spins pro Lose. Okay. Gib mir was anderes. Normale Spins. Wuhu. Gib mir irgendwas Gutes. Special Spin. Okay. Wir müssen 20 Spins machen und wir müssen jetzt so lange spinnen, bis wir einen Special Skin mitziehen. Ich weiß nicht, warum ich das genau gemacht habe. Aber hey. Dann spinnen wir jetzt bis zu einem Special Skin. Let's go, Leute. Leute, wer hat Bock da drauf? Ich liebe es. Oh, eins für Special. Wunderbar, Leute. Oh, oh, oh. 100 Spins maximal für Special. Ich hoffe es. Wieder eins für Special. Wieder eins von Ninja. Ich liebe mein Leben. Es könnte nicht schöner sein. Ich würde niemals heute auslasten. Heute ganz ruhig, Leute. Ich freue mich sehr, dass ich diesen, was auch immer, Taucher jetzt bekomme. Das ist der beste Skin, den ich mir vorstellen könnte. Dann dieser, keine Ahnung, was das ist. Stubikat ist auch super. Und wir müssen weiter spinnen. Wir haben heute noch einiges zu spinnen, Leute. Uh. Hatte gerade jemanden mit meinem Rainbow Namen ins Stumageeis. Und als erste Runde Laser mit 32 Leuten. Das ist ziemlich cursed. Oh, eins für Special Dragon. Stark. Was ist los mit euch? Warum schreibt ihr OMG, du hasst einen? Was wird, du hasst einen? Ich habe keinen gezogen. Doch? Nein, habe ich nicht. Das hätte ich doch mitbekommen, oder? Ich hätte das auch mitbekommen, wenn ich ein Special bekomme. Aber warum, warum versucht ihr mich reinzulegen? Das ist wirklich ein... Wie habe ich das übersehen? Ich finde das echt nice. Wir haben jetzt drei Special Skins. Mir fehlten nur noch dieser Piraten. Wir hatten noch nie ein Dubikat. Okay, Leute. Pivot, Push. Woo. Die hatten wir heute einmal, glaube ich, ziemlich am Anfang. Aber seitdem auch nicht mehr. Das heißt, es wird wieder Zeit zu gewinnen. Und nicht Stream Sniper zu werden. Nachdem ich die letzte Runde nicht gewonnen habe. Und jetzt gerade fast runtergefallen bin. Was, woo, knapp war. Oh, die wollten mich schlagen. Nicht schlagen, Leute. Ich sollte einfach nicht von Stream Snipern reden. Dann versuchen die ja auch nicht, mich zu Stream Snipern. Einfach nicht davon reden. Und dann ist alles gut. Ich bin fast Erster. Immer noch an erster Stelle. Und nicht geschlagen worden. Okay, nicht mal an erster Stelle. Und der Hammer hat mich fast erwischt. Kurz davor. Ah, knapp. Okay, stark, 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 stark. Nein, nicht. Nein, Benny. Benny, Benny, Benny. Nein. Nein, nein, Benny. Oh mein Gott, ich bin als Letzter qualifiziert. Es war so knapp. Okay, kennenbleiben. Zweite Runde. Wie haben wir den Hammer? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gottchen. Das war kurz vor meinem Tod, aber wir haben es noch knapp überlebt. Okay, können wir diesen Sprung schaffen? Oh ja, geschafft. Valuten ist einfach durch den Boden gefallen. Sehr gut. Und hier können wir uns souverän qualifizieren. Das sollte kein Problem sein, außer es geht jetzt hier jemand hin und schlägt mich. Okay, niemand geht hin, niemand schlägt mich. Ich bin in die letzte Runde qualifiziert. Vielleicht schreibe ich es heute noch zu gewinnen, Leute. Oh, Space Race als letzte Runde. Okay, ich muss jetzt erstmal hier diesen Sprung hier schaffen. Ein zweites Mal nicht geschafft. Ich fühle mich so gut in diesem Spiel, wenn ich einfach alle Tricks, die ich mir irgendwann mal aneignen wollte, nicht schaffen kann. Wir haben nur zwei Leute, sind hier weiter. Eine Person wird gewinnen und ich gehe auf die safe Mitte. Die andere Person geht auch auf die safe Mitte. Das heißt, ich sollte gewinnen, wenn ich nach rechts gehe. Links, 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 links. Komm, komm, das habe ich, das habe ich. Das gewinne ich. Das gewinne ich. Was? Vielleicht gewinne ich es doch nicht. Vielleicht mache ich wieder fünf normale Spins plus noch die 20 anderen. 25 Spins. Okay, let's go. Ich habe dann heute wie oft gespinnt? 200. Okay, nicht 200. Sagen wir 100 Mal habe ich heute locker gespinnt. Okay, ersten zehn Spins, schon mal Müll. Let's go. Aber wir haben ja wenigstens noch 15 weitere vor uns. Oh mein Gott. Ein Duplicat. Das heißt, es sind noch fünf Spins übrig. Und in diesen fünf bekomme ich jetzt den letzten Special Skin, der mir noch fehlt, Leute. Dann hätten wir heute drei Special Skins gezogen. Und der letzte ist jetzt ein Special Skin, Leute. Ich sage es euch, das ist jetzt der beste Skin, den ich jemals bekommen habe. Oder er ist einfach nur hässlich. Das war es jetzt aber auch mit dem Video. Schaut jetzt noch bei diesem coolen, eingeblendeten Video vorbei. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.